Red Bull im Rennen Geowix nicht wird zuletzt, dass dies der Beste was motiviert worden Ich war jetzt einfach Start, war 3, 2, 1, Schallen, das geht nicht, geht nicht, hat auch geklappt Was? Und dann schreibe ich dann Willkommen zu einem kleinen Format auf meinem Kanal und mit dabei ist der liebe Zalos Hallo ihr Helden Ja für dieses Format habe ich eine kleine Idee von einem Zuschauer auf Twitter bekommen Hashtag Kartoffel hieß sie glaube ich, ist jetzt hier nochmal eingeblendet, vielen Dank nochmal dafür Und worum es jetzt genauer geht, das kann ja mal Zalos hier ein bisschen erklären Hallo ich bin Zalos und ich führe sie durch das heutige Programm Nein, also wir haben ein Spiel erfunden, das nennen wir kurz und knapp Lost in Translation Ihr kennt das ja sicher, ihr guckt ein Video ganz normal auf YouTube Und was die meisten fast nie benutzen, wenn sie nur deutsche Videos gucken Es gibt ja eine Untertitelfunktion Diese Untertitelfunktion kann man selber eingeben Also der Videorausbringer kann selber sagen was da kommt, dann stimmt das auch meistens Oder YouTube interpretiert mal frei nach dem Audio, was denn da im Untertitel vorkommt Und wenn man das Ganze halt auf deutsche Videos anwendet, mit deutschem Untertitel Dann interpretiert YouTube da eine sehr tolle Sache, sehr tolle Sache, interpretiert das da rein Und unser Spiel ist jetzt folgendes Wir haben jetzt aus den ersten zwölf Videos bei unserer Videoanzeige Also die zwölf letzten Videos, die wir hochgeladen haben, haben wir uns drei jeweils ausgesucht Die wir dem anderen vorlesen würden Also ich lese Boris seine Videos vor und er lest mir Untertitel aus meinen Videos vor Korrekt Und wer das Video erkennt, der kriegt einen Punkt Und wer es nicht erkennt, der kriegt keinen Punkt Und wer am Schluss gewonnen hat, der kriegt einen Keks Ich gebe dir mal die Ehre, du kannst als erster vorlesen Soll ich anfangen? Ja, weil du der Gast bist, du bist der Gast Alles klar, alles klar, okay, okay Ich bin mal so ein guter Gastgeber Okay Okay, alles klar Das ist jetzt, also, es ist sehr lyrisch Okay, wie alle meine Videos Ganz genau, von abgesagen, Leute, wir haben uns das natürlich aufgeschrieben Aber wir werden natürlich die Folgen nochmal an der Stelle sagen Und da könnt ihr euch die nochmal angucken und selber lesen Das ist wirklich genial, was da echt rauskommt Ja, ja, es ist wirklich So Also, bist du bereit? Ja, ich bin bereit Okay, dann geht's jetzt los Der Scheich, der Blick Aus einem Kontertitel Jule für die Leute Die sie gesamt Mal den Kragen Der Abosender ganz Bauwerk In die Sache aushandeln Tutorials Wer, Leute Das frag ich mich auch Denn ich habe Ich, ein, wir, euch, einmal Warst du schon? Ja, das war's Boah, das ist wirklich schwierig Ich glaube, ich würde es mal aber spontan auf das Teleporter Tutorial von Techit tippen Techit Tutorial Richtig Richtig, Alter Oh, ja Ne, weil ich habe ja am Anfang gesagt Ja, wer kennt es nicht und so Daran habe ich es dann erkannt Und daran, dass man einmal Tutorial gesagt hat Ich würde mal sagen, ich fange mit dem Ersten an Okay Ich habe ein bisschen länger auch notiert Ich schaue da mal, wie fern ich es vorlese Mike Babcock Oberneuland Das war kein Grund Die erstellte Nord hatte zu keiner Antwort Ab Sahin Und so war derb Rohleder und melodischer Personen Nein, bin die hätten mir Suhl wurde das geläuft Mit dem Thorach Hauptschule die Begrüßung durch Prozent Die Quirle Prozent natürlich betont Und er glaube nicht, wie wir auch über das Web Auch fair die hatte zu Beginn wurden Ja, ich habe auch Gott gedankt Für überteuerte Preise Ich halte gemütlich durch den Besitzer immer abbauen Damit die bei Touristen ja Ich habe mir Ich habe Leute Och, dat all troops heuer Auch ich habe diesen Prolog Almeno Notgruppe Holzaufstieg Ströhl Hier würde ein bisschen gefährlich Nahe so dritter Wurde wärmt mieten Plus, plus, plus Boah, Alter Was ist das? Klingt irgendwie nach Let's Read Aber es ist nicht Let's Read Es ist kein Let's Read, nein Es ist kein Let's Read Okay, dann kann ich Dann würde ich sagen Es könnte Infinichest sein Das ist leider falsch Das ist leider falsch Es war Never Never Skylife Folge 6 Oh, Mann Es war wirklich War wirklich schwierig Aber Das wäre meine zweite Oh, Mann Warum habe ich mich drauf festgelegt? Ich habe gedacht Oh, es könnte auch Never Never sein, Alter Okay, zwar los Ich würde mal sagen Du mit Versuch 2 Es steht bis jetzt 1 zu 0 für mich Ja, 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 ja Leider Gottes Ähm, okay Es gibt also gewisse Teile An einem An die jeder Neuen Er wird in die Ja, nicht ganz so groß Wie Was geben werden Optimistisch Gleich 9 Millimeter Ich war jetzt einfach Start War 3, 2, 1 Schallendes geht nicht Geht nicht Hat auch geklappt Was? Alter, okay Ja, weil mit dem 9 Millimeter War es recht einfach eigentlich Es war all wie sexy Ich fand die Titel besonders gut Äh, jetzt einfach Start War 3, 2, 1 Schallendes geht nicht Geht nicht Auch geklappt Das nächste ist ein bisschen einfacher Ist noch nicht das einfachste Das letzte ist das einfachste So Okay, alles klar Red Bull im Rennen Geowix Nicht Wird zuletzt Das dies der beste Was motiviert worden Emmerich Der Gast Durch Weitblick Ich werde Da bleibt selbst Auf verdanken Hallo Wir hätten Es geht auch durch Sachsen Das Baden Oder das letzte Wort Die Tab Dr. Detmold Heute folgt Prozent Bild Opel Corsa Eines Gewinnspiels Habt aber noch Immer ein Problem Darjar Wollte FP Leute Ich muss euch aber sagen 4 Ich habe Wo Ist alles gesagt Als er wieder In der letzten Folge Hast du schon Wieder Fridolin Einmal geschlagen Und so geht es gar nicht Müssen wir ihn jetzt Anbieten Können Wir nicht wollen Ja bedingt Die ganze Welt Zerstört Das meinte Zahllosen Ein Und hart Direkt im Supermarkt Heißt es Elf Jahre alt Im Supermarkt Heißt es Elf Jahre alt Also das Das ist wirklich Also am Anfang Am Anfang Hab ich gedacht What What Red Bull im Rennen Red Bull im Rennen Alter Red Bull im Rennen Es fängt einfach an Red Bull im Rennen Geowix Nichts Es zuletzt Das war das Beste Was motiviert worden Alter Hemmerich Der Gast Durch Weitblick Durch Weitblick Es ist die Folge Auch noch einige private Sachen Dazugekommen Am Sonntag Oh Gott Oh Gott Scheiße Das war irgendein Commentary Glaube ich Aber ich bin mir nicht Mal mehr sicher Welches es war Es war auf jeden Fall Ein sehr neues Video Es könnte eigentlich Nur die Zukunft Des Kanals Oder Product Placements Commentary sein Aber ich glaube Es war dann auch das Product Placement Commentary Richtig Scheiße Oh Da hab ich alle drei rausgerissen Das heißt Ich hab tatsächlich schon gewonnen Aber wir könnten noch machen Dass ich einfach das letzte nochmal vorlese Ja Das letzte Es muss raus Alter Das ist aber wirklich jetzt einfach Also das könntest du wirklich gut hinkriegen So Okay Was geht ab bei News Leader Holt er jetzt bekommen 2000 Nun ist so beide Teams und Prozesse Kurus bis man Von im Kanada im März Die hat zu auf Die ich gleich einige Aber erstmal Und da sind ja auch gleich vier Geschrieben dabei Gebe ich vier Tester Berichten war Bewertung von Haiti Wie geht abspielen Mitnehmen unklar Blieb Wie die Behörden mit Hilfen eilen Und da gilt Das gleiche Für uns soll jetzt die Messe Ist so machen Ähm Achso Und dann kommt noch Das geht noch weiter Warte mal Hab ich gar nicht gesehen Jetzt hier Ähm Wo ich jetzt um Naja Ich hab gemerkt Dass diese ganze Zeit Gehen Ritter Nur so geben Ob die nicht also Um 10 Uhr Das kann man ja ruhig mal spielen Kann ich nochmal das Den allererst Die allerersten Fünf Worte hören Was geht ab Bei News Wiederholt er Bekommen 2000 Okay alles klar Das ist die Folge Das war mein April Scherz mit Survival Games Genau Ja ja Wo ich gesagt hab Wo ich meine Begrüße Geändert hab von Was Hallo ihr Helden In Was geht ab Meine Heroes Klar Aber dass da das Rauskommt Alter Ich muss sagen Ich hab das Video Extrem gefeiert Also Leute Falls ihr das nicht Angesehen habt Das würde ich euch Wirklich schwer empfehlen Deswegen hab ich es auch Nochmal reingenommen Ich fand es sehr witzig Krank was da rauskommt Es ist ein Fest Es ist ein Fest Für den Spaß Schaut mal beim Talos vorbei Und ansonsten Bis dann Bleibt schleimig Und tschüss Ciao